Moin Leute, Hara wieder am Start. Heute wollte ich mal wieder ein bisschen VGC spielen, aber ich hatte halt jetzt nicht so Lust ingame zu spielen, weil keine Ahnung. Deshalb schwimmen wir jetzt auf Showdown. Boah, ich weiß gar nicht, warum ich so müde bin, Alter. Wilde Sache. Joa. Mal gucken, was jetzt so passiert, was wir für Gädener finden. Hm. Hm. Also die Sache ist halt, ich bin halt ziemlich hoch auf der Leather so. Das heißt, es wird heute mal eine knackige Folge in dem Sinne. Hm. Gegner, hallo. Okay, jetzt haben wir einen Gegner. Alter, mein Skalabra, wie cool. Gut, dass ich nicht viel Zauberraum benutze, sonst werde ich jetzt komplett am Arsch gewesen. Hm. Ich mag halt Indeedy für WDVC, weil da geht dann halt höchstwahrscheinlich Support WDVC, was ich halt komplett abstellen kann damit. Und halt dieser Fleur, was schneller ist als mein Kali-Rex. Aber die Frage ist halt, will ich nicht vielleicht sogar stattdessen mit Voltolos liegen? Ich könnte halt auch Voltolos fürs Late-Game aufheben, dann einfach 11 von den Voltolos hinten drin haben. Denn sobald Indeedy rauskommt, kann ich auf Rückenwind gehen einfach. Ah, da geht alle, der Graudern. Das ist ein bisschen schlecht. Weil Graudern überlegt, glaube ich, meine Attacke. Vor allem, wenn es dein ermerkt. Schlafbruder geht daneben, das ist natürlich nice. Expanding vor... So viel dazu, auf jeden Fall. Gigi. Guck mal, Leute, ich bin 1600. Ich glaube, ich war noch nie 1600 irgendwo. Ich hab mich, womit ich damit auf der Läder bin. Mal gucken. Ich hab mich ja jetzt Jara genannt, das fand ich irgendwie ganz witzig. Weil, keine Ahnung. Ich hatte ja erst Park hier benutzt. Moment, was für... Wo bin ich eigentlich in der Läder jetzt? Ja, 16, 14. Mal gucken, ob das schon geupdatet ist. Hier, ich bin 165, wild. Machen wir mal noch einen Kampf. Das wäre natürlich schon ein ziemlich witziges Short-Video eigentlich. Aber, naja, egal. Einfach beide Pokémon einfach weg. Tschüss. Das war wild. So leicht kann es gehen, Freunde. Oh mein Gott. Hat schon Spaß gemacht. Bro, ich finde einfach keine Gegner. Gegner. Aha. Noch ein Gegner. Okay, Togekiss. Und shit. Ich will sogar fast Aromatis mitbringen. Nicht unbedingt im Lead. Ich will halt mit Voltolos leiden. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, mit Voltolos... Ach nee, er hat ja Imprison, ne. Ich glaube, ich muss mit Voltolos 11 leiden. Ah, das ist ein trickyes Match-Up. Ich glaube aber, ich nehme Aromatis hinten drinne mit. Okay, erledet man den zwei Collision. Die Frage ist halt... Ich habe halt Angst vor dem Ndidi, weil ich habe schon mal einmal, wenn Ndidi einfach überzartes respektet und das hat mich halt richtig hart gefickt. Ich glaube schon, dass ich auf Tailwind gehen will. Ich habe halt keinen Bock, dass ich hier raus-reject-buttoned werde. Okay, er geht einfach auf Follow Me. Was macht das Ndidi? Geht's auf Tricku? Ich glaube... Ja, er geht auf Tricku. Damit bin ich aber sogar voll in Ordnung, dank halt dem Aromatis. Und außerdem habe ich immer noch Priorität auf meinem Trick betrug. Das heißt, der Gaitner kann mir gerne seinen Danymex-Pokémon geben. Das wäre ganz nett auf jeden Fall. Kann auch sein, dass er sowas wie Seitentausch oder so hat auf dem Ndidi. Aha, macht er wohl nicht. Leben-Op, ja. Max-Us kommt raus in meinen Lie... Das ist ja interessant. Ja, das war es dann schon mal mit seinem Danymex. Ich kann mir auch noch ganz gut vorstellen, dass der Gaitner auf sowas wie Bizarro-Raum gehen will. Also jetzt auf Seitentausch. Also um dafür zu covern, gehe ich mal mit Max-Darkness und Munk-Gewalt in das Ndidi. Weil ich glaube halt, dass das... Ich glaube halt nicht, dass der Gaitner mich einfach mit Max-Lightning in seinen Kyogel gehen lässt. Ja, okay, macht er auch nicht. So, jetzt gehe ich auf jeden Fall auf Ersthol... Ach, nee, scheiße. Ich glaube, ich verliere, wenn ich auf Ersthol-Berage gehe, ne. Ich glaube, ich muss auf Expanding Force gehen, um das Ndidi zu treffen. Leider ist halt Elektrofeld draußen. Ich glaube, ich kann nicht mehr gewinnen jetzt. Ach, das ist schade. Ich hätte... Was hätte ich besser machen sollen? Ey, noch kein Spiel, finde ich. Ich wollte mich dann fragen, was hätte ich besser machen können. Ich hätte... Ich hätte, glaube ich, meinen Fuhren rauswechseln sollen für Aromatis, damit ich dann After You rauskriege. Das hätte mir, glaube ich, den Kampf gewonnen. Und ich hätte auf jeden Fall früher das Ndidi töten sollen. Hätte ich, glaube ich, auch noch gewinnen können. Wenn ich mich... Ah, nee, nicht unbedingt, weil dann ist ja Elektrofeld draußen. Na, bin ich nicht sicher, was hätte ich besser machen können, ehrlich gesagt. In dem Kampf will ich auf jeden Fall wieder Aromatis mitbringen. Ich glaube, ich liege einfach... Wollte nur als Mammoth, den Aromatis und bringe dann Kalirex mit. Weil ich habe halt richtig Angst, dass der Gettner halt auf... Sowas wie Bizarroom geht und ich dann einfach komplett gefickt bin. Die Frage ist halt, will ich direkt Dynamaxen? Ich glaube schon. Ich könnte einfach ins in meine Aromatis rein wechseln, um den Bizarroom wieder umzudrehen. Und dann kriege ich da gleich keinen Schaden auf meinen Mammothel. So, dass ich da mit Sekrom immer handeln kann. So, mein Slidinger ist gar nicht auf Mogelheb begangen. Und nicht auf Bizarroom. Ne, doch, das kommt jetzt. So, Sekrom kommt rein. Wird auf jeden Fall versuchen, das Kompfate zu töten. Und dann den Bizarroom halt umzudrehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt auf Seitentausch geht. Ich glaube eher, er geht auf sowas wie Draining Kiss. Und er tötet mich einfach. Das ist natürlich schlecht jetzt. Sehr schlecht. Verflucht. Er hätte vielleicht auf... Ich weiß nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall anfangen, das Teil hier zu besiegen. Ich bin da schon auf plus zwei Angriff. Ich schaue mal den Max Darkness raus und den Protect, weil der jetzt aber auf jeden Fall auf Mogelheb gehen wird. Einfach damit ich vielleicht noch eine Attacke rauskriege. Vielleicht sowas wie eine Eisschade oder so. Weil auf plus eins Angriff müsste das ja richtig hart reinhauen. Ah, ich mag das halt überhaupt nicht, weil er auf jeden Fall halt seine Örschäfu hinten drin hat. Und wenn mein Voltilus stirbt, dann bin ich in der richtig schlechten Position. Ich glaube, ich werde einfach meinen Kalirex reinwechseln und jetzt auf die Erdbeben gehen. Weil ich bezweifle, dass jetzt mein Mammutl doublet in der Situation. Mal gucken. Abgangstirad und das Mammutl. Okay, die Frage ist, da kommt jetzt der Kill. Nee, mein Voltilus stirbt. Letzter Zug von Bezaurom. Ja, das kann ich dann vielleicht noch gewinnen, oder? Nee, mein Kalirex ist ja tot. Shit. Ich hätte wieder besser um den Bezaurom rumspülen müssen. Ich habe wieder gegen Bezaurom verloren, wo ich eigentlich die komplette Counter-Strat dagegen habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ach, Mensch, das ärgert mich halt wirklich. So, ich habe halt das Konter-Team... Ich habe halt gute Konter gegen Bezaurom, weil ich habe es ja einfach schlecht gespürt jetzt. Der... Ah, jetzt haben wir noch einen Gegner. Mal gucken, der hat aber keinen Bezaurom, denke ich mal. Was machen wir gegen den Gegner? Das ist wahrscheinlich Urschäfu-Water. Das heißt, mein eigenes Kalirex kann richtig abgehen. Dafür muss ich halt seinen Kalirex besiegen. Und halt das Elecci. Also ich gehe, glaube ich, mit dem Lead und dann mit Kalirex und dann hinten drin eine Elf holen. Weil er hat ja keinen Rückenwind, da kann ich halt einfach selber auf Rückenwind gehen und dann versuche, mit Kalirex zu sweepen. Ja, jetzt könnte er für mich einfach... Ja... Ja... Mal gucken, er geht mit den Didi Kalirex. Ich gehe einfach mal auf einen dicken Maxi Airstream und auf ein fettes Erdbeben. Aber ich habe ja hier ein Fokusgurt auf meinem Muttel. Und nach einem Maxi Airstream bin ich halt immer noch langsamer als das Kalirex. Aber dann kann ich halt protecten und dann nochmal auf Maxi Airstream gehen. Jetzt glaube ich der Plan. Geht auf Follow Me, wie erwartet, Maxi Airstream. Das Geile ist halt, wenn halt ein Didi tot ist, kann ich halt auf Rückenwind gehen und im Rückenwind müsste mein Kalirex halt einfach übelst hart reinhauen. Und ich mache sogar 50%. Er geht wirklich auf Bizarreum. Ich glaube es nicht. Jeder hat einfach Bizarreum jetzt. Meine Güte, warum hat jeder Bizarreum? Ich verstehe es nicht. Oh, aber er stirbt einfach, weil ich immer noch langsamer bin. Das ist ganz witzig. Jetzt ist die Frage, was sind seine letzten zwei Pokémon? Auf jeden Fall nicht Regilecki. Ist das Urshry for Water? Ist das Metagross? Die Frage ist halt... Also mein Kalirex... Wenn das Metagross halt nicht mein Kalirex 1 hätte, dann gewinne ich halt, glaube ich. Bruder, das hat halt wirklich einfach jeder Bizarreum auf einmal. Ich verstehe das nicht. So, mein Stil 2 kommt raus. Er wird auf den Fokus-Code reduziert. Oh! Halt, stopp. Oh nein. Wie gesagt, ich muss halt einfach hoffen, dass ich einen Attack überlebe und dann das Metagross halt 1 hätte. Vielleicht sollte es sogar mit Wild Charge in das Metagross gehen, den wir es hin Schiff zu kriegen, im Zweifel. Es war nur der letzte Zug von Bizarreum. Ich habe leider keinen... Also ich habe Protect, aber ich bin halt Valglas. Und ich glaube, deshalb killte er mich jetzt einfach. Ich hätte einen Zug mehr von Bizarreum irgendwie australen müssen. Aber ich glaube, Protect nun auch vermutlich bringt mir nichts. Mann, ich... Das ärgert mich einfach, dass ich nicht meine Wormathees mitgebracht habe. Das ärgert mich einfach. Ich hätte auf jeden Fall meine Wormathees mitnehmen sollen. Ich dachte halt nicht, dass der Gegner halt echt Bizarreum hat. Weil das so ein Fast-Paced-Team ist vom Gegner. Damn. Ich werde richtig hart von Bizarreum-Teams haupts genommen. Ich glaube, das waren erst 3 Jahre alt in Folge. Aber das ist ganz gut, weil jetzt weiß ich, dass ich echt aufpassen muss wegen Bizarreum. Das heißt, ja, jetzt bringe ich mehr meine Wormathees mit. Mal gucken, ob wir damit wieder... ...halt gewinnen können. Das ist eigentlich ganz nice. Weil jetzt weiß ich auch, dass ich mit meinem Wormathees halt einfach eventuell früh auf Bizarreum gehen kann. Okay. Diss-Team. Ich habe, glaube ich, schon mal gegen den gespielt. So, was will ich jetzt machen? Will ich mit... Ich glaube, ich will sogar mit Volt-Lolos und mit... ...Gymse-Kotliden. Auf jeden Fall in Didi und Mamoswein. Der Grund dafür ist halt, ich kann einfach mit Maxi-Erst-Hymondes-Elecki gehen und dann auf den Rückenwind. Weil nach dem Rückenwind kann ich halt einfach Kalirex reinholen. Und vor allem, wenn der Gärtner mit einer Elektro-Attacke auf meinen... ...ne, der Dynamex einfach. Hm. Mal gucken, wen er angreift. Das würde mich jetzt interessieren. Greift er meinen Volt-Los an? Ja. Weil jetzt kann ich einfach mir auf Trickbetrug gehen und auf Maxi-Darkness. Und dann... Ambryon wird mich halt wahrscheinlich killen. Davon habe ich ein bisschen Angst, ne? Mal gucken. Ich habe halt die Spezialverteilung schon mal gesenkt. Ich muss halt auf jeden Fall eine Mondgewalt auf das Ambryon kriegen. Dann kann ich es vielleicht töten mit meinem Kalirex. Mal gucken. Er geht Glurak. Was macht Ambryon? Es geht auf Foulplay. Es tötet mich aber nicht. Perfekt. Das heißt, jetzt kann ich... Ich glaube, ich gehe einfach mit dem X-Lightning in das... Ne. Ich glaube, ich double sogar das Ambryon einfach. Weil das ist halt das Problem. Ja. Er protectet. Jetzt kann ich einfach Kalirex gehen. Auf Erstflugberrasch gehen. Und nächster Zug ist Rückenwind wieder am Start. Das heißt... Solange ich nicht jetzt meinen Elfuhn aufgebe, kann ich nochmal auf den Rückenwind gehen. Außer der Gitten hat Fuego hinten drin. Er hat Fuego hinten drin. Aber wenn er jetzt Fuego geht, er muss sich halt entscheiden... Er könnte jetzt halt auch Elaki gehen. Die Frage ist, was mache ich, wenn er Elaki geht? Ich glaube, ohne Witz, mein Mammudel gewinnt es einfach, wenn er jetzt meinen Kalirex tötet. Weil er kann es halt auf Darnabits gehen und auf Mogelheap. Dann glaube ich aber, er tötet nicht unbedingt meinen Kalirex. Je nachdem, was er für ein Item hat auf dem Elaki. Aber er geht nicht mal auf Mogelheap. Hat er wohl ein bisschen overprediktet. Oder er tötet jetzt meinen Kalirex. Jetzt kommt aber mein Mammudel rein und Erdbeben müsste 2 Kills kriegen. Saschi in Must Be Banat ist gejoint, sehe ich auch so. Ja, wie gesagt, Mammudel müsste jetzt einfach 2 Kills kriegen. Ich hole mal einen neuen Kampf. Wieder gegen den Kerl. Habe ich den letztes Mal besiegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich schreibe nochmal GG. Gucken, so viele Punkte habe ich gar nicht verloren. Ich will auf jeden Fall wieder, aber ich weiß nicht wieder. Die letztes Mal war ja in Didi Kalirex am Start. Dieses Mal versuche ich Funderwist zu gehen und werde dann in Didi hinten drin haben. Ich muss wieder aufpassen wegen dem Bezauberraum vom Gegner. Das heißt, jetzt bringe ich mein, ähm, Dings mit. Wie heißt es? Meine Wormatis. Weil ich habe echt Angst vor dem Bezauberraum vom Gegner. Er, Dynamax. Mal gucken, ob er auch Trickbetrug hat, weil wenn ja, wäre das ziemlich schlecht. Ne, er geht auf Verhöhner und er gewinnt das Speed High. Bro, wird's mich... Och, boah, ich fühle mich so verarscht gerade. Naja, ich muss Schaden kriegen auf dem World Slots und ich muss Trickbetrug rauskriegen. Ich hätte echt einfach wieder mit Indi die Kalirex leiden sollen, Alter. Ey, wenn er das Sweet High nicht gewonnen hätte, ich hätte die Instin gewonnen gehabt. Mondgewalt, mal gucken, ob der Double Up kommt in mich. Ne, kommt nicht der Double Up. Das heißt, jetzt kann ich einfach mit Mondgewalt des Voltilors töten und dann halt mit Ersteam des Indi. Och. Äh, das Elfhund, das überlebt aber noch. Er geht graudern. Jetzt muss ich also... Hm. Ich glaube, ich verliere jetzt. Ich wünschte, ich hätte jetzt Protect oder so, aber habe ich nicht. Ich muss halt hoffen, dass ich eine Attacke überlebe. Er geht aus Schwertanz. Ich muss immer noch hoffen, dass ich eine Attacke überlebe. Und dass halt mein Voltilors tötet. Oder dass er halt daneben geht. Mann, das regt mich auf, dass ich das Sweet High verloren habe. Sonst hätte ich halt gewonnen gehabt. Hm. Ja, ich überlebe nicht. Das war's dann also. Also außer der Gegner Mist hat jetzt eine Attacke, was natürlich ziemlich gut wäre. Weil dann gewinne ich. Wenn ich jetzt so ein Leben gegangen wäre, hätte ich ja gewonnen gehabt. Aber naja, man kann ja nichts Schönes haben im Leben. Hätte er wirklich einfach wieder mit Indidi Kalex. Guck mal, wieder derselbe Typ. So, der hatte mich besicht, warum hatte er mich besicht gehabt? Wegen Vizauro. Ne, wegen Indidi. Das heißt, dieses Mal werde ich wieder mit Voltilors liegen und mit Mammu und dem. Dieses Mal werde ich ein bisschen schlauer spielen um das Indidi rum. Und dann wieder mit den beiden. Das ist ganz witzig, dass hier nur dieselben Typen sind. So, jetzt wird er auf jeden Fall meinen Trickbetrug erwarten. Nehme ich mal an. Deshalb werde ich mit 1.1.1.1 gehen und auf Rückenwind. Er erwartet nicht meinen Trickbetrug. Und er ist auf Max Darkness gegangen. Ja, dann kann ich jetzt aber sein Teil... Ach nee, warte. Ich kann jetzt nicht auf Trickbetrug gehen, weil er ja ein Unlicht-Pokémon ist, ne. Aber ich kann jetzt mit Max Erstium und Mondgewalt den Doubbeln. Und weil ich halt jetzt auf plus 2 Angriff hin müsste, ist ihn killen und auf plus 1 Innit. Ja, 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 der Boy ist tot. Raus kommt Drecki Lecki, aber ich bin schneller als der Lecki. Und Max Darkness könnte ihn halt killen. Jetzt kann ich das Double abwagen. Oder... Oder ich gebe mit Mondgewalt auf das Elfhuhn. Ja, beide sind tot. Okay, jetzt habe ich gewonnen. Ich habe also meine Rache an dem Typen hier. Ich will auf jeden Fall wieder in den letzten Hunderts kommen, bevor das Video aufhört. Weil ich denke, mit den... Durch die Niederlagen habe ich so viel gelernt, dass ich es wieder schaffe. Ey, das ist ein sehr cooles Doll-Team. Und mit ein sehr cooles Doll-Team meine ich ist das übelste Abfuck. Was ich dagegen machen werde ist... Ich glaube, ich liege Elfhuhn und Kalirex. Weil ich halt mit Draenikriss auf Kalirex einfach übelste... Ah, ne, ich glaube, ich liege Elfhuhn und Diss. Und dann nehme ich Kalirex und den Didi mit. Glaube ich. Ich muss halt echt aufpassen wegen seinen Unlicht-Pokémon. Hm. Was ich jetzt also machen werde ist, dass Instant auf Trick und Max Lightning geht. Damit der Gettner keinen Aurora-Schleier rauskriegt. Und dann kann ich nächsten Zug seinen Urshifu töten. Das ist die Hoffnung. Ja. Kriegbetrug. Wickeblow, Max Lightning. Er ist schon mal tot. Hm. Jetzt ist Mondgewalt halt so ein Problem für den Gettner. Hm. Ich glaube, ich gehe einfach mal drauf. Ich sehe nicht ein, ob ich das nicht machen sollte. Ich könnte jetzt auch versuchen, das Urshifu zu dubbeln. Schlinking ist ziemlich cool. Aber ohne Dynamex und ohne Aurora-Schleier, glaube ich, macht das nicht so viel für den Gettner. So, er dubbelt mich nochmal. Max erst, sie müssen den Hops nehmen, weil ich glaube, er ist Walsharl. Schlinking überlebt und hat eine Eier-Papa-Beere. Mal gucken, ob das jetzt meinen Voltolos tötet. Das Schlinking. Jo. Das ist gut, weil jetzt kriege ich meinen Kali-Rex rein. Wir wissen schon, dass sein Gasloid in Ranch von der Weiteren Mondgewalt ist. Und sein Lackbox ist in Ranch von Astral Barrage. Er hat Pichu-Kumuku und das stirbt. Das heißt, wir haben den Typen komplett Hops genommen. GG. Ich werde nicht schreiben, dass es ein cooles Team ist, auch wenn es ein cooles Team ist. Weil ich gar keinen, also ich hasse solche Stall-Teams einfach. Das heißt, wir machen mal noch ein Spiel. Nice best of one Team. GG. Sagt der Stall-Typ. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal unseren Thumbnail-Text. Das heißt, zack. Okay, jetzt hat der Gegner noch einen Internatus. Noch einen Lapras. Ich werde also dasselbe nochmal machen mit Indidi hinten drin. Diesmal bei Mammutl für die Feuer-Pokémon vom Gegner. Jo, ich denke, ich werde einfach nochmal dasselbe machen. Ich sehe halt nicht, wie der Gegner in den Best of We halt spielen wollen würde. Okay, hat der Turbo-Tempo auf dem Ente? Ne, sein Lapras ist wieder weg. Das ist natürlich komplett Premium. Sogar ein Volltreffer, das nehme ich natürlich mit. Die Frage ist jetzt, was macht die Ente? Weil die Ente ist sogar ziemlich problematisch. Er geht Eternatus. Ich habe halt echt Angst, dass er instant auf Cosmic Power geht. Er geht auf Sacred Fire, er kriecht auch die Verbrennung. Jetzt will ich auf jeden Fall mein Mammutl reinkriegen. Das heißt, ich werde mal einfach auf Mixnuckle gehen in die Ente und dann Mammutl rein wechseln. Weil ich glaube, er sollte jetzt mein Voltilos dubbeln. Ja, er geht auf Cosmic Power. Und, aha, das ist halt ein bisschen ärgerlich, dass er jetzt mein... ...Mammutl angegriffen hat. Zum Glück hat er mich nicht verbrannt. Zum Glück habe ich Verhöhner auf Elfhuhn. Die hätte ich vielleicht erst einsetzen sollen, bevor ich Mammutl reingewechselt hätte. Weil Elfhuhn wäre ja eh gestorben. Das wäre auf jeden Fall schlauer gewesen. Ja, und er hat Turbo-Tempo. Das ist komplett schlecht. Das heißt, jetzt muss ich auf jeden Fall auf Verhöhner gehen. In den Boy. Er ist halt schon auf Plus 2, was halt mir mega Angst macht. Aber die Frage ist, er hat eine Attacke, um meinen Kalirex zu treffen. Das, was mich jetzt interessiert, weil wenn nicht, dann bin ich hier golden. Er hat aber deine Max-Kanone, oh oh. Oh, ich glaube, das verliere ich wieder. Weil wenn er halt Eleki hat oder den Boomer zum Beispiel, ist das mega schlecht. Er tutet mich halt einfach jetzt mit dem Double ab. Ich brauche, glaube ich, einen Volltreffer, um zu gewinnen. Oh, ich hätte einfach instant auf Verhöhner gehen sollen. Dann hätte ich den Kampf gewonnen gehabt. Weil wenn er nicht auf Plus 2 Spezialverteidigung wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich mit Erster Überrasch getuchelt. Okay, jetzt kämpfen wir gegen den Zauraum. Ich muss also wieder meinen Aromatis mitnehmen. Boah, das wäre echt cool gewesen, den sind auf Verhöhner gegangen zu sein. Gehettet. Aromatis kommt mit. Das ist halt ein mega schlechtes Matchup. Aber ich glaube halt, er ist halt eins dieser Wahlschal Kalirex-Teams. Das heißt, mit dem Lied denke ich einfach, Erster Überrasch ist halt einfach der Play, weil er killt mich nicht, denke ich zumindest. Oh, er hat mich aber gekillt. Scheiße. Boah, ich wusste halt genau, was kommt, ne? Und ich habe trotzdem dagegen verloren. Das war einfach komplett dumm. Ich hätte vielleicht mit Voltloss und Elf-Hun-Lieden... Ne, das wäre auch nicht schlau gewesen. Boah, das wäre echt nicht schlau von meiner Seite aus, Freunde. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Samazenta. Und wieder gegen zwei Unlicht-Pokémon. Ich glaube, ich lief wieder da mit. Nehm dann wieder die zwei mit. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Ich glaube, ich habe vielleicht wieder in die 1600 gekommen. Ich denke, den Platz hätte ich mir eigentlich geverdient. Aber dann habe ich halt schlecht gespielt. Aber das ist gut, weil wir daraus lernen. Ich muss gucken, was der Gegner jetzt vorhat in seinem Samazenta. Macht mir ein bisschen Angst. Ich frage mich immer noch, wie der Stalltyp mich in der Bestophilie besiegen will. Ehrlich gesagt. Ich weiß es bis heute nicht. Ich hoffe, wir werden das nie rausfinden. Weil ich habe keinen Bock auf den Kerl, ehrlich gesagt. Ich frage mich vor allem, was der Typ hier machen will. Problem ist, wenn er halt mit den Lacky und sowas wie Dregidrago, wollte ich gerade sagen, Katapult erledet und der Speed Control kriegt, wäre nicht so nice. Okay, er geht stattdessen auf die zwei. Wahrscheinlich hat er sowas wie Coaching. Das heißt, erstmal werde ich seinen Voltloss hier rausholen. Und dann werde ich seinen Samazenta verhöhnen, damit es eher useless ist. Er hat 1000 pro sowas wie Coaching. Und dann muss ich halt überlegen, ob ich... Ne, ich muss ihn ja verhöhnen, ne. Und dann, ja. So, Trickbetrug. Ich kriege eine Offensivweste. Das ist natürlich unpassend, dass ich jetzt hier so draufgehe. Ja, es ist Stahlkampf. Ich überlege sogar, ob ich... Ne, ich glaube, am Mutl hier reinzuholen ist vielleicht ein bisschen besser. Wen holt er rein? Mal gucken, wir können ja sehen, wen er reinholt. Dann überlegen, wen ich reinhole. Erlecky? Ja, dann gehe ich auf jeden Fall der hier. Dann werde ich nochmal auf Erste... Ne, ich glaube, ich gehe jetzt einfach auf den Knuckle. Aber es wäre schon Poggers mit... Mamoswine den Speedboost zu kriegen. Ich sehe keinen Grund, hier nicht auf Erdbeben zu gehen. Das einzige Switchen von ihm ist Voltloss. Und Voltloss ist kein Switchen in meinem Mutl. Und ich glaube nicht, dass der Gegner... So was hat wie Rundumschutz. Mal gucken, geht der raus in Voltloss? Ja, ja. Sein Teil ist schonmal fast tot. Das heißt, jetzt gehe ich auf jeden Fall mit Max Nuckle drauf und ich werde protecten. Weil ich glaube nicht, dass Max Nuckle töten wird. Aber wenn ich halt auf Max Nuckle gehe, kann ich halt seinen Voltloss einfach töten. Und dann halt nächsten Zug seinen Samosenta töten. Und dann müsste ich in einer ganz guten Position sein. Weil dann mein Mammutl noch lebt, was richtig wichtig ist für das Eleki. Und ich muss den Örschifu auch schonmal rausbeten. Alter, Örschifu könnte ein riesiges Problem sein, weil er das hinten drin hat. Fällt mir gerade auf. Damn, er hat halt auf jeden Fall Örschifu hinten drin. Das ist richtig problematisch. Weil ich kein Psychofeld habe. Damn, das ist richtig schlecht. So, Max Nuckle kommt raus. Es tötet das Samosenta sogar. Was macht Voltloss? Er fliegt hoch. Ja, perfekt. Das ist halt nusslos für den Gegner quasi. Aber ich muss schon sagen, ich habe echt Angst vor dem Örschifu. Er hat es halt 1000 Pro hinten drin. Ich würde sogar fast meine Mammutl jetzt rauswechseln, ehrlich gesagt. Weil das Fliegen geht halt auf jeden Fall. Ich glaube, ich wechsle meine Mammutl raus. Oder? Ergibt das Sinn? Ne, es ergibt nicht wirklich Sinn. Ich könnte halt jetzt auf Erdbeben gehen, dass sie lecky tut. Und dann geht er Voltloss. Und halt. Andererseits kann er mein Voltloss besiegen. Wenn ich auf Knirscher gehe und Eis schaue. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache das so. Jetzt gehe ich halt Kalirex. Ach, ist er mit Fly in Mine? Ach, ne. Mit Weissing. Okay. Das ist ziemlich tricky, weil er hat auf jeden Fall. Ne, er hat Fuego hinten drin. Okay. Das ist auch richtig schlecht. Weil er jetzt halt auf Mogelheb gehen kann. Aber er hat keine Offensive, weil es jemand mit Voltloss. Das heißt, Voltloss tötte ich. Und dann habe ich zwei Hits, die in das Fuego gehen können. Weil er ja jetzt faktisch hat. Andererseits. Ich glaube, er tötet mich nicht mal. Doch, er hat mich getötet, wie es aussieht. Ne, ich habe gewonnen. Alter, Ehre. Ich habe ja vergessen, dass ich sein Voltloss einfach tötte. Das heißt, der Mogelheb bringt ihm ja auch nichts mehr. Nice, nice. Das war ein schöner Kampf, finde ich. Ich finde gut, dass der Gehter nicht Öschel vorhin drin hatte. Dann hätte ich verloren gehabt. Okay, wir kämpfen wieder gegen den Skalabra. Das heißt, wieder ist der Wormatis ganz angemessen. Ich überlege sogar fast, wenn ich in die die Kalirex liene. Ne, es ist nicht schlau. Ich glaube, ich muss echt wieder 11 von Voltloss lienen, dann der Wormatis mitnehmen und dann halt Kalirex. Ich würde richtig gerne ein Mammutl mitnehmen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht so wirklich. Das ist halt ein mega weirdes Matchup einfach. Das ist echt ein mega weirdes Matchup irgendwie. Das ist halt auf jeden Fall Wahlklar, als ob sie immer lecken. Okay, vielleicht sollte ich doch mal ein Mammutl mitnehmen. Vielleicht sollte ich einfach Voltloss Mammutl gehen. Ne, ich mag das überhaupt nicht. Wenn ich halt Mammutl mit... Ich könnte halt auch einfach nicht mein Aromatis mitnehmen, weil ich glaube halt nicht, dass der Gehtner den Zauberraum rauskriegt. Okay, er gliedet mit Sarschirn und mit dem Kingra. Ich werde also erstmal das Kingra rausholen, hoffen, dass er dann meinen Elfhuhn tötet, wovon ich ausgehe, weil er nicht will, dass ich Rückenwind rauskriege. Und dann kann ich... Oder gehe ich lieber... Und dann kann ich halt mein Mammutl reinkriegen. Ich glaube, das mache ich. Dann habe ich zwar keinen Rückenwind, aber Rückenwind ist halt schon mega valuable. Ich kann mich halt nicht entscheiden, ob ich Dynamics vom Gegner wegkriegen will oder Rückenwind rauskriegen will. Aber ich glaube, Dynamics vom Gegner rauszukriegen ist sogar ein bisschen mehr valuable, ehrlich gesagt. Okay, gut, dass ich schneller bin. Das wäre sonst ziemlich kritisch gewesen. Und er hat sogar nicht meinen Elfhuhn angegriffen. Das heißt, ich kriege sogar noch Rückenwind raus jetzt. Ja. Ich kriege auf jeden Fall Rückenwind raus und ich werde auch mein Mammutl reinkriegen. Also werde ich Sarschirn schon mal anschwächen, damit Mammutl es leicht töten kann. Ja, das ist ein Wrench für Mammutl. Also Erdbeben, go brr. Und mit Elfhuhn kann ich einfach nochmal auf eine Mondgewalt gehen. Je nachdem, was das letzte Pupport vom Gegner ist, muss ich halt jetzt meine drei Rückenwindzüge so effizient wie möglich nutzen. Aber okay, wir sehen, dass es Pelipper ist. Das heißt, Pelipper ist ein Wrench für meine Attacke und dann kann Eleki nicht mehr meinen Mammutl besiegen. Das heißt, ich muss jetzt noch ich muss jetzt auf jeden Fall noch das Kingdra totkriegen. Die Frage ist, ich glaube, Isaac, das Spiel müsste eigentlich ausreichen gegen Kingdra. Andererseits, Mondgewalt müsste auch ausreichen gegen Kingdra. Und mein Elfhuhn ist ja schneller. Wenn das nicht ausreicht, wäre das ziemlich schlecht. Aber wir wissen, dass das Kingdra recht langsam war. Das heißt, es ist wahrscheinlich ziemlich bulky. Andererseits, mein Elfhuhn hat auch ein Lebenorb, oder? Ja, ich kriege ein Lebenorb. Das heißt, ja. So, Eleki, letzter Zug vom Rückenwind. Jetzt werde ich sogar nicht meinen Elfhuhn opfern, weil wenn Elefhuhn halt das Kingdra tötet, dann gewinne ich. Und es ist langsamer als ich. Kein Rückenwind mehr. Okay, jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Weil ich nehme an, der Gegner killt mit seinem Eleki einfach mein... Ich glaube, ich verliere jetzt. Hat er... Warum ist das nicht... Hat er Doppel Protect gekriegt? Ach nee, sein Releki war schneller, ne? Ja. Wie viel macht Ice Short? 28. Nee, ich habe das verloren. Ich hätte das Kingdra-Double... Ja. Ja, um GG. Das war ein bisschen blöd. Ich mache mal Instant Replay. Weil erst Dynamics... Also die ersten paar Züge waren komplett Premium, ne? Dann geht ein Pelipper. Und dann... Dass das Eleki schneller ist als mein Elfo. Und damit habe ich nicht gerechnet. Wenn ich hier auf Erdbeben gegangen wäre, ich hätte gewonnen gehabt. Das war, glaube ich... Das war, glaube ich, sowieso der beste Play. Weil das Einzige, bevor ich Angst hatte, war, dass der Retten halt auf Schutschel geht. Ah ja. Ist das nochmal derselbe Typ? Jetzt hat er Mogelheb in seinem Team. Das heißt, jetzt werde ich einfach in die, die Kali-Rex gehen. Und da ein Elfo und ein Voltilos hinten drin haben. Ja, ich wusste es. Ich gehe jetzt einfach mal auf eine richtig fette... Expanding Force plus Helping Hand. In der Hoffnung, dass es seinen Teil direkt töten wird. Weil wenn ja, dann wäre das einfach sowas von unfassbar witzig. Ah, schade. So, mein Teil ist tot. Jetzt kriege ich aber meinen Voltilos rein. Und Voltilos ist halt einfach so gut in den Gegner. Ich gehe einfach mal auf Max Nuckle und follow me. Weil sobald halt der Aurora-Schleier weg ist, kann ich halt... Den Gegner... Ah, ich habe halt immer noch Angst vor dem Eternatus hinten drin, ne? Das wird noch ein Problem. Aber ich habe noch mal Moodle am Start. Hm. Ja, Eternatus ist ein riesiges Problem auf jeden Fall. Ne, ich glaube, ich kann... Doch, ich kann auf Max Lightning gehen, dann Elfo reinwechseln. Und dann kann ich das Eternatus verhöhnen. Das ist ja auch nice, dass er jetzt einfach ein anderes Pokémon drin hat. Komplett ehrenlos, wie ich finde. Erschifu ist sein letztes. Hm. So schlecht ist es ja eigentlich gar nicht, oder? Ich muss halt immer noch irgendwie sein Eternatus totkriegen. Oh ja, da ist ein Schädel. Okay, jetzt ist schon nicht so gut, ne? Ne, RIP. Ja, das kostet mich halt einfach an, dass er mich einfach gecounter-teamed hat, ganz ehrlich. Okay, nochmal der Typ. Mann, das kotzt mich halt an, dass es einfach nicht Best-of-One-Leader ist. Wenn es Best-of-One-Leader wäre, dann... Dann würde ich halt jedes Mal gewinnen, so. Sagen wir es so. Weil den Best-of-Frees kacke ich halt ab, weil mein Team ist halt nun mal ein Best-of-One-Team. Da hat er eigentlich schon recht gehabt. Aber vielleicht können wir die Möglichkeit nutzen, ein bisschen was über Best-of-Frees zu lernen. Okay, er leidet mit den zwei Collisionen. Ich sehe keinen Grund, nicht auf Expanding Force Follow Me zu gehen, ehrlich gesagt. Aber wenn er meinen Entity tötet, kriege ich Voltulas raus, was auf Durchbruch gehen kann. Und der Boomer ist schonmal tot. Er kriegt den Aurora-Schleuer raus. Er geht in die Ente. Er hat höchstwahrscheinlich Snale auf dem Teil. Aber davon werde ich mich mal nicht abschrecken lassen. Ich glaube, ich gehe... Was er auch machen könnte, wäre Voltulas reinwechseln und auf Follow Me zu gehen. Das mache ich mal lieber, weil ich glaube, Kalirex ist hier noch viel wichtiger als Voltulas in dem Sinne. Weil ich muss ja noch das Teil besiegen von dem Gegner, das Eternate ist. Wenn er halt echt auf Snale geht, dann bin ich halt einfach in einer so geilen Position jetzt. Weil ich habe jetzt plus zwei Angriff. Ich kann einfach auf Durchbruch gehen, weil ich schneller bin als der Gegner. Und dann kann ich wieder in meinen Kalirex gehen. Einfach Durchbruch, weil ich bin ja schneller. Und dann mit Kalirex wieder auf Expanding Force. Andererseits, nee, ich bin ja nicht schneller als Kalirex. Halt, stopp. Ich glaube, ich gehe lieber auf Max 1. mit Expanding Force. Weil 1-Nahe müsste ich, denke ich, überleben von dem Teil. Naja, er ist auf Segway Fire gegangen, was er nebengegangen ist. Okay, das müsste dann den Sieg für uns bedeuten. Ich gehe einfach mal auf Max Darkness und eine Expanding Force. Weil ich glaube nicht, dass der Gegner jetzt meinen Kalirex töten kann. Aber das war auf jeden Fall mega schlau mit dem Switch-In von meinem Voltolos. Das war ziemlich cool. Okay, jetzt kämpfen wir, nee, das ist ein anderer Gegner, oder? Ich bin nicht sicher. Er hat jetzt auf einmal Screens im Team. So ist das einfach so. Screens konnten halt mein Team einfach komplett. Ich verstehe nicht, warum die Gegner alle so eine Counter-Teams bauen gegen mich. Der Gegner, war das der mit B-Zau-Raum? Weil wenn ja, dann werde ich jetzt einfach sein. Dann werde ich jetzt einfach. Ich weiß halt nicht, ob es der mit B-Zau-Raum war. Ich gehe einfach mal davon aus, weshalb ich Abomatees mitnehmen werde. Also jetzt fickt ihn den. Ah, nee. Ich könnte halt auch sowas gehen wie Wimse-Cord-Kalirex. Ich glaube, ich gehe wirklich einfach. Ich glaube, ich tue einfach so, als hätte der Gegner nicht bezau... Ah, nee. Ich tue einfach so, als hätte der Gegner nicht bezau... Okay, hat er auch anscheinend nicht. Jetzt kann ich also auf Max-Air-Stream gehen. und auf Icicle-Speer und den nächsten Zug halt hoffentlich sein Voltilos-Hops nehmen mit meinem Mammutl. Oder der halt dann mit meinem Kalirex. Gucken, was der Gegner jetzt reinholt. Er bringt sein eigenes Kalirex rein. Aber ich werde auf jeden Fall meinen Mammutl protecten, weil das müsste in der Attacke von dem Voltilos überleben, wenn ich halt protecte. Und halt Eissplitter sieht da richtig nice aus gegen seinen Voltilos. Er geht aber auf Max-Darkness in mich. Aber ich glaube nicht, dass sein Kalirex mich jetzt töten wird. Das würde mich sehr wundern. Hat der einen Fokusgurt? Ja. Und das tötet mich auch nicht. Das Problem ist halt, dass jetzt beide von uns einen Plus-2-Angriff haben und einen Spidev-Trop. Ich glaube, meine beiden Pokémon sterben jetzt. Aber jetzt kriege ich halt Rückenwind raus. Rückenwind. Und... Erst-Roll-Barrage. Müsste jetzt eigentlich zwei Kills snacken. Der Gegner ist halt auch auf Plus-2 innen. Dabei ist niemals schneller als mein Kalirex, glaube ich. Dann müsste ich, glaube ich, den Reverse-Sweep hinkriegen. Ey, gut, dass ich jetzt nicht Erobatiz dabei habe. Das hätte mich jetzt getötet. Er protectet. Rückenwind. Rückenwind. Freunde. Jetzt geht's richtig ab. Der letzte Kampf war komplett wild einfach. Ich hätte vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich jetzt erst in Kalirex der bessere Play gewesen wäre, weil mein Mammutel ist dann halt immer noch langsamer. Aber All-The-One-Tech, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Na ja, mal gucken. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Kolossel. Auf jeden Fall werde ich Elf-Huhr mitnehmen. Weil dann kann ich halt auf meine Sachen gehen und Voltelos. Ich bin halt ein großer Fan von Kalirex, auch wenn man das nicht glauben würde. Weil er hat zwar zwei Unlicht-Pokémon, aber die zwei Unlicht-Pokémon können wir ganz gut counter mit Mammutel und Voltelos. Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob ich das Team kenne, aber ich glaube, das Katapultor ist halt eins, was Dynamaxen wird. Und ja, das ist halt ein bisschen problematisch, aber es kann halt nicht auf seine Start-Attacken gehen, weil dann mein Defiant aktiviert wird. Der geht aber mit den... Oh, ich wollte gerade 11 von Dynamaxen. Erledet mit den zwei. Das heißt, ich sehe gar kein Problem damit, einfach Incent seinen Boomer zu töten, weil Oeschifu sollte kein großes Problem für mich darstellen. Und ich kann direkt meinen Kalirex reinholen, um den Max erst in den Boost zu gönnen. Gucken, was der Gegner macht. Hoffentlich greift er... Wahrscheinlich greift er einfach meinen Voltelos an, mit dem Oeschifu war. Ja, ja. Macht aber zum Glück nicht so viel Schaden. Und er gibt auf. Perfekt. Hatte wohl nicht so viel... Hatte wohl nicht mit Kalirex gerechnet oder so, keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Nochmal der Typ. Nochmal. Okay. Dieses Mal gehe ich wieder mit in Dyni Kalirex, glaube ich. Und dann hinten drin mit Voltelos und entweder Elfuhn oder halt... Ich glaube, Elfuhn ist besser als Hermutel, weil mein Rückenwind ist halt mein Voltelos schneller als sein büßer Floor. Was ein schlauer Play von ihm wäre, wäre sowas zu lieben, wie dieser Floor und Scalabra, weil er dann Bezauraum rauskriegt und dann gewinnt er. Aber ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube, so schlau ist er nicht und dann muss er immer noch Schleifbruder treffen. Weil das ist ja nicht Jan oder so, gegen den ich gerade kämpfe, ja. So, wir wissen schon, dass Expanding Force ihn one-hitted. Das heißt, er muss den Endermaxen und dann kann er nur mal einen Didi angreifen und nicht meinen Kalirex. Wenn er keinen Wahlband hat, dann tötet er auch meinen Kalirex. Ich habe halt ein bisschen Angst davor, dass er mich jetzt tötet. Okay. Jetzt müsste ich glaube ich einfach gewinnen. Außer er geht halt Glurak und dann kann er mich halt töten. Er geht Glurak, er kriegt zwei Kills mit Hitzewelle. Ne, er deiner, ja doch. Aber jetzt kann ich halt auf meinen Rückenwind gehen, auf meinen Max Lightning und dann müsste ich halt das Late Game gegen ihn gewinnen können. Außer er hat selber seinen Voltolos, aber das müsste ich theoretisch auch besiegen. Denke ich mal. Was witzig wäre, wenn ich mit Mondgewalt in mein eigenes Voltolos gehe und potenziell den Define Boost zu kriegen. So, er tötet meinen Elfhuhn. Ich werde auch seine Elfhuhn wahrscheinlich in der Zukunft töten. Frage ist, was dein letztes Pokémon ist. Es ist aber Brisa Floor und nicht Elfhuhn. Das heißt, ich glaube, es ist sogar am besten, wenn ich mit Verhöhner einfach da raufgehe, damit er nicht auf Schlafpuder gehen kann. Weil wenn er das macht, dann habe ich halt verloren. Okay, perfekt. Ich glaube, ich habe den richtigen Play gemacht. Ja, sieht so aus. Ja, ich habe gewonnen. Ich meinte doch, ich bin warm geworden, Alter. Der Gegner ist 1600. Ich aber noch nicht. Na ja, mal gucken. Alter, das war, ey, das sind so wilde Kämpfe einfach gerade. Damn. Aber ich finde gut, dass sie so fast paced sind. Aber das ist halt Kaliwix in DD4U. Fast paced Games. Ein Slap nach dem anderen. Okay, nochmal der Typ. So, letztes Mal hatte ich eben einen Rückenwind Late Game mit einem Kaliwix besiegt. Das heißt, dieses Mal werde ich, glaube ich, wieder mit meinem Trick Betrugzeug liegen und dann wieder Kaliwix hinten drinne haben. Aber dieses Mal dann noch Mammutl. Mammutl ist offensiv einfach viel zu krass in den Gegner. Wir wissen, dass der Gegner leider Fokus gut hat auf dem, auf dem Kaliwix. Wenn wir halt instant seinen Voltilos rauskriegen, sind wir halt einfach in einer so nicen Position, Freunde. Es sieht aber nicht so aus, als würde das funktionieren. Das heißt, ich werde einfach auf Max Air Streams gehen, um halt den Max Air Stream vom Gegner auszugleichen. Er protectet seinen DD. Mega schlauer Play. Mega schlauer Play. Damn, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, das verliert mir den Kampf jetzt. Ehrlich gesagt. Andererseits, ich habe Rückenwind draußen, wa? Oh, ich bin, okay, ich habe Rückenwind draußen. Das heißt, ich hätte nicht Kaliwix gehen können, aber, oh, das krittet. Oh, oh, der Gegner ist der Mensch von der Eisschart. Der Gegner ist der Mensch von der Eisschart. Denke ich zumindest. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal auf mit dem Max Air Stream. Weil ich bin da schneller als der Gegner. Warte, ich habe Rückenwind draußen, da müsste doch Eisschart eigentlich ausreichen. Auf jeden Fall nochmal mit dem Max Air Stream minus Kaliwix. Ich glaube nicht, dass der auf Daniela Wall gehen kann. Und ich habe halt noch Rückenwind draußen. Problem ist halt, ich habe nur noch zwei Züge vom Rückenwind. Okay, wir traden. Der Gegner hat wieder Grimmsnall. Erste Verrage kommt raus, auf jeden Fall. Das ist der erste Zug von Bizarre rum, aber mein Voltulas müsste schneller sein als das Kalirex. Das heißt, Knuscher müsste es töten. Weil ich habe ja so viel plus Innet. Ich glaube, ich müsste gewonnen haben. Mein Herz schlägt gerade so fucking schnell ohne Grundöpfe. Aber ich denke halt, ich bin schneller, Knuscher hat töten den Kalirex. Da müsste der erste Verrage halt das Grimmsnall ein Reinspringen von meinem Voltulose. Und Grimmsnall muss halt, er geht auf Reflektor. Es wird nicht ausreichen. Erste Be- Ja, perfekt. Und ich bin wieder 1600. Ja, perfekt. Ich würde sagen, Einkampf machen wir noch, weil ich habe mein Ziel erreicht. Und jetzt kann ich vielleicht noch, wenn ich jetzt noch Einkampf gewinne, ist es super. Wenn nicht, dann ist es mir eigentlich egal, weil ich habe mein Ziel erreicht. Dann wird das Video auch aufhören. Aber ich bin das halt gerade so on fire. Einkampf noch und dann brauche ich eh eine Pause, weil ich schwitze gerade halt. No joke. Highlighter ist einfach komplett wild, Freunde. Also war mir schon klar, dass ich das Video ungefähr so nennen werde, aber ich muss es nochmal sagen, damit ihr so seid so, ach, da ist der Titel. Da ist der Titel. Highlighter ist wild, einfach. Der Highlighter ist richtig wild. Ich bin froh, dass ich hier am Start bin. Das macht voll Bock, hier zu kämpfen. Das heißt, mal gucken, ob wir noch einmal einen Gegner finden, den ich jetzt noch hops nehmen kann. Das war irgendwie voll witzig. Ich habe diesen Account gemacht und einen Tag später war ich so Top 300. Na ja, aber das ist ganz entspannt so, weil jetzt gehen wir halt noch ein bisschen mehr ab. Und wir lernen dabei, was ziemlich cool ist. Ich meine, man sieht ja literally, wie ich lerne. Ja, das macht echt mega Bock. Okay, nochmal Kolosse. Wieder werde ich Elfhuhn Voltulos leaden, wieder werde ich Mammutl mitnehmen und ich glaube, wieder werde ich Kalirex mitnehmen. Das ist jetzt ein anderer Typ. Ja, das ist halt nicht so weak gegen Kalirex. Aber ich glaube, ich glaube, wenn er, ich glaube nicht, dass er Larodos hinten drin haben wird und dann hat er halt eben nur noch Fuego als Unlicht-Pokémon. Ich muss halt echt aufpassen wegen dem Sarschen. Wenn es aus der Hand gerät, ist es ziemlich schlecht. Zum Beispiel, wenn der Gegner nur mein Voltulos immer angreift hat, das statt des Elfhuhn zu töten, könnte das ziemlich schlecht sein. Okay, erledet mit den zwei Pokémon, was komplett smart ist. Ich werde also auf jeden Fall auf den Rückenwind gehen und ich glaube, es ist der Play, mit Max Knuckle das Sarschen anzugreifen. Das ist zwar ein bisschen greedy, aber ich glaube nicht, dass er geht, er seinen Lavadors drin lässt, weil er weiß, dass Kalirex hinten drin ist und halt ohne das zu protecten. Und wenn ich halt auf den Max Knuckle gehe, kann ich halt nächsten Zug das Sarschen mit Erdbeben hoffentlich töten und ich aktiviere auch nicht den Schwächenschutz von dem Lavadors Potenzial. Und Lavadors muss halt auf Max Darkness gehen, um mich zu töten. Okay, Dynamics ist einfach Instant. Ich hoffe, er tötet jetzt meinen Elfhuhn. Ich hoffe, einfach mal, mal gucken. Er könnte jetzt auch meinen Voltloss dubbeln, das wäre richtig schlau, damit habe ich nicht gerecht. Okay, er dubbelt nicht meinen Voltloss perfekt. Das heißt, sein Sarschen ist jetzt ein Wrench von Erdbeben und ich hoffe ich gehe absolut null davon aus, aber es ist eine Hoffnung, weil dann könnte mein Kardihex sweepen. Was halt auch ein potenzieller Play wäre, wäre einfach das Lavadors zu dubbeln, aber ich glaube, das ist kein schlauer Play, weil ich muss Sarschen so schnell wie möglich besiegen. Es könnte auch sein, dass Erdbeben gar nicht ausreicht, je nachdem, was die EVs sind, aber da brauche ich halt, glaube ich, eine mega low roll. Mal gucken, reicht das aus? Es reicht gerade so nicht aus, okay. Und der hat keinen schwächen Schuss, Behemio Play kommt raus und man spürt Handy Sturz ein, oh oh. Okay. Aber der Gegner ist auf plus 2 erinnert, ich habe noch zwei Züge vom Rückenwind, das heißt, mein Kardihex wird schneller sein als das Lavadors, denke ich, und ich kann es töten. Der Gegner hat halt nur einen Pokémon erst verloren, das heißt, sowas wie Gortrum wäre hinten drin richtig ärgerlich jetzt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht der Gegner auch Oshifu und Kolossel hinten drin, dann gewinne ich, glaube ich. Er geht Fuego, das ist schlecht, die Frage ist, jetzt protecte ich meinen Mutl oder nicht, ich glaube, ich protecte das auf jeden Fall, weil wenn der Gegner jetzt nicht auf Mogeltipp geht, wäre das schon ein bisschen lost. Weil wenn er jetzt halt mit der Unita-Tacke in meinen Kalier jetzt geht, gewinnt er einfach out wide, aber ich denke, er wird denken, dass ich meinen Kalier jetzt protecte. bin ich schneller, ich bin schneller, ich kriege den Kill und ich mache richtig viel Schaden gegen Fuego und er hat noch Gortrum hinten drin, das heißt, er wird wahrscheinlich meinen Mammutl wieder angreifen, also check den Play aus, Freunde, ich gehe mit Eisschad in seinen Fuego, weil es das in Range von meinem Wahlglas Erstlberra springen müsste und dann kriege ich zwei Kills, check den Play aus, es wird einfach zu wild, die Fans werden crazy gehen, ich hoffe zumindest, mal gucken, Spiel ist vorbei, Grasrutsche gegen Kalier, ich überlebe, Erstlberrage, BAM, das sind nicht mehr clean, Freunde, ich habe dafür Lichel keine Punkte bekommen, WTF, 1609, na egal, ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen, war mal ein bisschen was anderes, weil ich halt Schuld lang gespielt habe, aber auf Highlighter war, hat mir auf jeden Fall echt Bock gemacht, ich hoffe euch auch, ich bin jetzt 1609, Moment, wo ist denn das? Also auf jeden Fall Top 200, ah, hier ist es, 181, nice, na dann, haut rein, lasst ein Like, da, lasst ein Abo, da, wenn ihr neu seid, tschau, tschau.